Hey Chomper, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt wieder Neuigkeiten an der Cyberpunk 2077 und jetzt ja auch Phantom Liberty Front. Es gibt eine Phantom Liberty Collector's Edition, die in Wirklichkeit aber keine ist, dafür jedoch bereits jetzt die Gemüter im Positiven wie auch im Negativen erhitzt und wir haben neue Infos zu dem neuen Relic Skilltree, der mit Phantom Liberty seinen Weg ins Spiel finden wird. Also legen wir los. Das hier ist das neue Phantom Liberty Geheimagenten Ausrüstungsset, das nun ganz frisch im ebenso ganz frischen Shop von CD Projekt angeboten wird. Was beinhaltet das Set? Als erstes haben wir hier natürlich die Statue von Solomon Reed und Songbird. Die Statue wird aus Thermoplast gefertigt und ist ca. 28 cm hoch und rund 15 cm im Umfang. Gewicht liegt bei 900 Gramm. Die Details sind schön ausgearbeitet, ganz besonders bei Songbird, wie wir nun sehen können. Von vorne sieht Songbird total normal aus, aber ihre Rückseite offenbart, dass sie mindestens eine heftige Borg-Umwandlung hinter sich hat, oder sogar mehr. Worauf ich aber jetzt nicht weiter eingehen will. Zu solchen Details hatte ich bereits ein Video gemacht, das ich dir in der Beschreibung verlinke. Neben der Statue gibt es eine NUSA-Münze mit einer kleinen magnetischen verschließbaren Box, in der die Münze aufgehoben ist. Auf der Vorderseite der Münze sehen wir das NUSA-Siegel mit der Aufschrift The New United States of America. Durchmesser liegt rund bei 5 cm. Diese Münze haben wir bereits im Trailer sehen können und damit bestätigt sich auch, was ich bereits angenommen hatte. Dass es sich hierbei um eine Art Identifikation für die Schläfer in Docktown handelt. V bekommt die Münze von Präsidentin Myers und mit diesem Set haben wir nun ebenfalls die Möglichkeit, genauso einen Teil als echte Vision zu bekommen. Dazu kommt dann noch ein Blueprint des Chimera-Angriffspanzer von Militech. Die Dinger stehen seit Ende der Metallkriege offenbar noch irgendwo in Docktown rum und können durchaus zu einer ernstzunehmenden Bedrohung werden, wie wir hier sehen können. Übrigens, wenn du mehr über die Metallkriege erfahren willst, schau mal in die Beschreibung, da habe ich ein Video für dich. Schließlich ist das Comicbuch Ten of Swords enthalten. In dem Comic wird die Vorgeschichte von Phantom Liberty beleuchtet. Darüber hinaus erhalten wir einen Einblick in die Vergangenheit wichtiger Charaktere der Erweiterung. Geschrieben wurde das Comic von Lukasz Ludowski, Alex Sutton und Bartosz Cibor, die allesamt von CD Projekt Red kommen. Und das Ganze wird ergänzt durch die Kunstwerke von Mikel Valderrama. Das Set kostet für uns Germans 164 Euro und 95 Cent. Und hier haben wir bereits den ersten Grund, warum manche Leute enttäuscht sind. Es ist keine Version von Phantom Liberty dabei. Manchen ist das Set damit viel zu teuer. Anderen geht es im Wesentlichen darum, keine physische Version und oder Steelcase dabei zu haben. Obwohl es sowas ja beim Hauptspiel gab. Dabei wäre den Leuten, so wie ich es sehe, auch durchaus egal, wenn der Preis höher wäre, wenn eben Spiel und Steelcase dabei wären. Über den Preis kann man natürlich trefflich diskutieren, aber letzten Endes ist das immer sehr subjektiv, wie viel einem sowas wirklich wert ist. Ich persönlich finde es etwas überteuert, aber okay, es gibt Schlimmeres. Tja, und genau dazu kommen wir jetzt. Denn hier sind wir leider noch nicht am Ende des Preises und zugleich beim zweiten heftigen Grund, warum die Leute gerade etwas angesäuert sind. Die Zusatzkosten Acker, Versandkosten und Steuern. Offenbar verschickt sie die Projekt für die EU aus Österreich. Für uns in Deutschland bedeutet das, dass wir 35,95 Euro für Versand und Steuern zahlen müssen. So viel? Der Versandpreis wird mit 3,12 Dollar angegeben. Steuern sollen bei 35 Dollar und 44 Cent liegen. Warum werden hier eigentlich die Preise in Dollar und nicht in Euro angegeben? Und warum passt der Wechselkurs nicht? Aber egal. Die Steuern liegen umgerechnet in Euro bei 31,83. Doch was sind das bitte für Steuern? Mehrwertsteuer? Wir haben hier in Deutschland 19% Mehrwertsteuer, das wären dann 26,34 Euro. In Österreich gibt es einen Steuersatz von 20%, dann wären es halt 27,49 Euro. Vielleicht gilt auch der polnische Steuersatz, was ich ein bisschen seltsam finde, aber egal. Das wären 23%, hier wären wir dann bei 30,84 Euro. Passt schon eher. Aber egal, was wir da auch nehmen, es passt eben nicht exakt. Vielleicht werden für den Versandsteuern fällig oder vielleicht geht es hier um Währungsschwankungen. Wer weiß. Es fehlen einfach die korrekten Angaben, um das klar nachvollziehen zu können. Das Ganze wird dann schlimmer, wenn man aus anderen Ländern bestellt. Teilweise kommen da abenteuerlich anmutende Zusatzkosten zusammen. Das nervt die Leute gewaltig und das auch irgendwie zu Recht. Auch zu Recht beschweren sich die Leute über den schlampigen Shop. Mal abgesehen davon, dass Steuern nicht klar angezeigt werden, also mit Prozent und wo die Steuer nun wirklich anfällt, führt der Link zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen genau hierhin, also ins Nichts. Aber schieben wir das Ganze mal beiseite und haken es als Fehler des neuen und bald arbeitslosen Praktikanten ab. Wenn auf das Set noch 31,83 Euro Steuer hinzukommen, dann liegt das Set tatsächlich bei stolzen 196 Euro um paar zerquetschten. Also rund 197 Euro. Ich meine, die Collector's Edition von Cyberpunk 2077 beinhaltete eine geniale Statue, ein Artbook, ein Quadraschlüsselanhänger, jede Menge Sticker, das Spiel und ein Steelbook. Das Ganze für den regulären Preis von 229 Euro. Da fragt man sich schon, ob das Ganze nicht ein wenig zu hoch gegriffen ist. Viele finden, dass das ziemlich übertrieben ist. Der letzte Punkt, der die Gemüter dann auch noch erhitzt, ist dann schließlich, dass es sich hierbei um eine Vorbestellung handelt, die erst Januar 2024 ausgeliefert wird. Aber die Zahlung muss offenbar bereits jetzt geleistet werden. Ich weiß, das machen viele Firmen. Bei kleineren Firmen verstehe ich das durchaus. Aber bei größeren ist das immer etwas unschön. Richtig schwierig wird's in diesem Zusammenhang dann auch, wenn man für mehr Kohle einen beschleunigten Versand anbietet. Der ohnehin falsch angegebene Versand am 26. Juli, also diesen Monat, kann man um satte zwei Tage beschleunigen, wenn man rund 50 Pfund, also englische Pfund mehr zahlt. Was aber in jedem Fall, also egal welchen Versand man wählt, dann dazu führt, dass man eben erst die Auslieferung im Januar 2024 hat. Da bleibt zu hoffen, dass auch jeder genau verstanden hat, dass sich das Vorbestellen nicht nur auf wenige Tage, sondern eben auf einige Monate bezieht. Also mein Fazit. So genial ich das Set auch finde, aber für rund 200 Euro ist es auf jeden Fall zu teuer und ich finde es auch ziemlich nachlässig und schade, wie CD Projekt hier mit den Angaben umgeht. Das müsste so ein Unternehmen schon deutlich besser hinbekommen. Ich denke, du wirst nun zumindest nachvollziehen können, warum sich viele Leute gerade über dieses eigentlich sehr feine Set aufregen und für dich musst du halt entscheiden, ob du es bestellst oder nicht. Ich werde noch sehr tief in mich gehen müssen, aber erstmal werde ich nicht bestellen. Vielleicht kommt das Set ja auch noch in den regulären Handel, wobei ich aber nicht unbedingt damit rechnen würde, aber da muss man einfach mal abwarten. Kommen wir zum Relic Skill Bomb. CD Projekt war auf der Japan Expo 2023 in Paris. Das lief irgendwie ein wenig unter dem Radar, aber einige Seiten wie Gaming Way zum Beispiel hatten darüber berichtet. Auf der Expo wurde Phantom Liberty vorgestellt und dabei wurden auch verschiedene Screenshots gezeigt, darunter auch dieser von dem Relic Skill Tree. Wir sehen hier diverse Skills. Es sieht so aus, als hätten wir insgesamt sechs Skill Boxen, die durch Relic Skill Punkte freigekauft werden können. Es sieht nicht danach aus, als würde man noch runterscrollen können, aber wer weiß. Auf der linken Seite sehen wir dann auch eine Erklärung für einen Skill. Die Sprache ist natürlich französisch, wegen Paris und so. Aber, Google sei Dank, können wir das Ganze übersetzen. Der Skill nennt sich Schwachstelle Analyse und kostet drei Relic Punkte. Darunter steht folgende Erklärung. Während des Kampfes können Sie Schwachstellen erkennen und anzeigen lassen, was folgende Vorteile bietet. 100% Chance einen kritischen Treffer zu verursachen, plus 25% panzerbrechender Bonus auf den Schaden gegen Schwachstellen. Wenn Sie einer Schwachstelle genügend Schaden zufügen, explodiert sie und erzeugt eine EMP-Explosion, die Feinde im Umkreis von drei Metern Schaden zufügt. Also schon ein ziemlich mächtiger Skill, den man da freischalten kann. Oben wird dann noch ein kleines Video angezeigt, was wohl zeigt, wie der Skill funktioniert. Wenn das bei allen Skills so ist, wäre das auch eine feine Quality-of-Life-Änderung, die den Leuten einfach besser zeigt, wie etwas funktioniert bzw. wie sich etwas auswirkt. Die Punkte dazu wird es wohl ausschließlich in Doctown geben. Offenbar hat Songbird da eine ganze Menge mit zu tun. Wichtig zu wissen, der Relic-Skill-Tree kommt generell nur mit Phantom Liberty. Wer sich also die Erweiterung nicht zulegt, der muss leider darauf verzichten. Darüber hinaus gab es auf der Präsentation auf der Expo jetzt nicht wirklich neue Informationen. Also alles, was dort ansonsten gezeigt wurde, habe ich bereits in Videos gebracht. Also wenn du dich da auf den neuesten Stand bringen willst, dann schau auch mal in die Beschreibung. Dort habe ich dir eine Playlist verlinkt mit allen Videos zum Thema Phantom Liberty und da findest du dann alles, was dazu bekannt ist. Bald findet dann in Warschau das erste Event der Phantom Liberty Tour statt. Am 5. August ist es soweit, dann gibt es hoffentlich weitere Eindrücke von der Erweiterung und von den neuen Systemen. Wenn die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5€ sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.